so ganz kurz noch mal eine info und zwar bin ich die nächsten fünf tage ja weg bis zum 30 und deshalb bin ich jetzt gerade schon am schneiden also ich habe jetzt schon die ganze nacht durchgeschnitten und schneide ganz jetzt schon das best of ex checker x also das best of für 100 abo special allerdings bin ich jetzt nicht ganz fertig geworden und ich muss nämlich in einer stunde wegfahren also ich fahr quasi jetzt direkt weg wenn ihr das video seht deswegen tut es mir leid dass es nicht vorher ging aber es wird direkt am 30 hochgeladen und dann werdet ihr es auch sehen das special ich werde leider vorher nicht mehr fertig und ich kann es auch nicht mehr hochladen weil ich weg muss und deswegen wollte ich immer kurz mal bescheid sagen und deswegen seid also nicht traurig wenn es fünf tage nix gibt aber danach geht es mit dem 100 abo special weiter also freut euch drauf und bis dahin ciao